Massive Vorwürfe gegen AfD-Bundestagsabgeordneten Peter Bistrom. Es geht hier um Korruptionsverdacht, um Zahlungen an den Abgeordneten durch eine mittlerweile abgestaltete Webseite Voice of Europe. Und wir stellen uns die Frage, was ist dran an den Vorwürfen und wie geht das jetzt nun weiter? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, es sind schon ziemlich heftige Vorwürfe, nämlich, dass eben jener Bundestagsabgeordnete Peter Bistrom, der ja auch für die AfD der Europawahlkampfkandidat Nummer 2 hinter Maximilian Krah ist, der hier laut Informationen des tschechischen Geheimdienstes wohl Gelder erhalten haben soll aus direkt, ja, der russischen Regierung oder zumindest pro russischen Quellen. Und das sind natürlich extreme Vorwürfe. Peter Bistrom direkt sagt, da ist absolut nichts dran. Also er hat sich auch davon jetzt distanziert und dementiert, Zahlungen aus Russland erhalten zu haben. Aber die AfD-Spitze, also Tino Chrupalla und Alice Weidel haben ihn aufgefordert, bis heute 14 Uhr, also das Ultimatum ist quasi schon abgelaufen, ein schriftliches Statement abzugeben, damit eben die Partei das einordnen kann. Und das sind natürlich schwerwiegende Vorwürfe, ganz unabhängig woher jetzt beispielsweise Politiker Zahlungen bekommen, ob aus Russland, aus irgendwie Afrika oder den USA. Es ist natürlich höchst kritisch. Und gerade das, ich glaube, das ist eben auch bei der AfD wichtig, wenn sie eben weiterhin auch Erfolg haben will, dass, ich meine, viele Leute, die die AfD wählen, sagen, wir wollen ja genau Parteien jetzt haben und Leute an der Macht, die eben nicht sind wie alle anderen, ja. Und jetzt muss man eine Sache sagen, Korruption in der Politik gibt es überall, in jedem Land der Welt und immer wieder aufs Neue. Von daher, egal wie gravierend dieser Fall jetzt im Einzelnen auch sein mag, Korruption wird man nie irgendwie komplett loswerden. Und jeder Wähler, der das irgendwie glaubt, so von wegen, es gäbe eine Partei, die komplett immun ist gegen jegliche Art von Korruption, ja, der glaubt wahrscheinlich auch noch an den Weihnachtsmann. Aber zurück zum Einzelnen Fall. Jedenfalls aktuell bin ich gespannt, was jetzt als nächstes herauskommt, weil, das Interessante ist ja schon, man könnte auch vermuten, dass es sich einfach um eine komplette Kampagne handelt. Warum? Weil dieser Webseite, also wo jetzt auch hier steht, dass es Audioaufnahmen gibt, die das alles beweisen und so weiter, gleichzeitig jetzt auch hier Pressemitteilungen kommen, dass eben die einfach verweigern wollen, diese Aufnahmen zu veröffentlichen, ja. Und das wäre natürlich ein starkes Stück. Man könnte sich vorstellen, ja, jetzt wo gerade die EU-Wahl bald ansteht und der Wahlkampf natürlich jetzt von Woche zu Woche immer heißer werden wird, da wird natürlich auch mit jeder Menge Dreck dann geschleudert. Das ist völlig normal in so einem Wahlkampf. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier, man verfügt über den und den Mitschnitt oder das und das, was den Abgeordneten massiv belasten, ja, genau die gleichen Vorwürfe gab es ja auch bezüglich Maximilian Kratz, der sich dann auch direkt und sofort, also das Ganze dementiert hat und gesagt, ich habe logischerweise kein Geld erhalten, weder für den Auftritt dort noch irgendwelche Positionen oder so zu beziehen. Dieses Dementi-Kampf von Peter Bistron aber nicht so direkt und sofort. Deswegen ist das natürlich jetzt äußerst prekär, insbesondere dann, wenn man weiß, dass das natürlich ein absolut gefundenes Fressen ist für die ganzen Ampelpolitiker und so, die natürlich das nichts lieber sehen als sowas jetzt im EU-Wahlkampf, weil sie natürlich dann wieder von ihrer eigenen verfehlten Politik und so weiter ablenken können. Und ich sehe das Ganze so ein bisschen zweigeteilt. Also einerseits muss ich sagen, Korruption geht gar nicht, ja, also und ich finde auch in so einem Fall, falls es tatsächlich jetzt sich bewahrheiten sollte, dann muss völlig klar Herr Bistron eben auch zurücktreten, um eben auch Schaden von der AfD als Ganzes abzuwenden. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, Hey, wie hoch willst du als Wähler die einzelnen Skandale in Deutschland nach deinem Prioritätenlisten sozusagen ranken, ja? Also ich sage das immer so, solange wir jetzt nicht aufgeklärt haben, was mit Nord Stream im Einzelnen passiert ist, ja? Wer verantwortlich ist, weil da geht es nicht um ein paar tausend Euro an Zahlungen, wie hier bei diesen Vorwürfen, da geht es mittlerweile um Milliarden an Schäden und Kosten, die die deutschen Bürger zu tragen haben. Und es ist immer noch nicht aufgeklärt. Wusste Olaf Scholz schon vorher Bescheid, genau, dass es angegriffen wird? Warum hat er nichts getan? Warum hat er Joe Biden keine Widerworte gegeben und so weiter? Oder wie sieht es eigentlich mit Cum-Ex aus? Und dem, was mit dem ganzen Untersuchungsausschuss in Potsdam und so weiter besteht, ja? Oder wie sieht es beispielsweise aus mit dem, was ich vorhin berichtet habe, ja? Mit den ganzen Millionen Zahlungen, die in Deutschland passieren, die ins Ausland gehen, ja? Also andere Leute könnten ironischerweise sagen, ist doch gut, wenigstens kommt mal ein bisschen Geld nach Deutschland rein, ja? Aber ihr versteht, was ich meine. Ich meine, ich habe das gestern auch bei TikTok ein bisschen scherzhaft hier einfach mal so ausgedrückt. Hört mal kurz rein. Warte mal, was? AfD-Abgeordneter verzieht einige tausend Euro russisches Staatsgeld? Na prima, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was unsere Ampelregierung mit einigen hundert Millionen deutschen Steuerzahlergeldern macht. Genau, und da findet man natürlich in den Kommentaren dann jede Menge Kritik von Leuten, die sagen, das ist ja einfach nur Whataboutism, ja? Also du kannst natürlich jetzt sagen, ja, aber die anderen sind ja auch alle korrupt. Und da ist ja noch viel schlimmer und so. Und trotzdem, und das ist auch richtig an diesem Fall, ja, trotzdem muss es natürlich im Einzelnen ganz schnell aufgeklärt werden. Aber trotzdem müssen wir ja auch als Bürger immer am Ende des Tages uns überlegen, wie schwer wiege ich eigentlich jeden einzelnen Skandal oder die einzelnen Abgeordneten, die in sowas verwickelt sind, bei meiner Entscheidung, für welche Partei ich am Ende abstimme, ja? Und deswegen, wenn ihr mich fragt, gibt es diesen Whataboutism bei politischen Dingen einfach nicht. Denn jede Partei hat in irgendeiner Art und Weise, wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, man würde alles offenlegen, alle Audio-Mitschnitte und alles, was man irgendwie finden könnte, dann würde man in jeder Partei irgendwas finden. Und du als Bürger musst das Ganze dann irgendwie für dich einordnen und musst es dann quasi in deiner Prioritätenliste einordnen und sagen, so der Skandal bei denen ist so und so und das mit Greichen und den Staatssekretären und dem und dem und Herr Harvey und wenn man da alles mal nochmal genau recherchiert, wo da das Geld fließt. Ah, und wo wir gerade beim Thema Geld aus Russland sind, was ist eigentlich mit den ganzen NGOs und so, die von Gazprom eigentlich finanziert wurden damals, bei ihren ganzen Demos gegen die Kernkraft, ja? Das ist nämlich auch ein Fakt, über den aber niemand irgendwie in Deutschland mehr berichtet, dass nämlich Gazprom damals ganz, ganz aktiv daran mitgearbeitet hat, in Deutschland die Kernkraft abzuschalten, weil natürlich aus deren Sicht ein krasses Interesse da bestand. Aber das interessiert irgendwie auch keinen mehr so richtig. Das heißt für mich, ich kann euch sagen, wie ich das Ganze mache, ich ordne das immer alles so ein bisschen ein, nach all den ganzen Fällen, die mir bekannt und bewusst sind und dann sage ich, was ist eigentlich jetzt insgesamt so das kleinste Übel, ja? Und hier muss man eben immer aufpassen, weil es gibt psychologisch eben diesen Recency Bias, der halt immer dafür sorgt, dass ich die Sachen, die jetzt sozusagen in meinem Kurzzeitgedächtnis sind, alles das, was in den letzten paar Tagen und Wochen passiert ist, viel schwerer wiegen und viel bedeutsamer sind für meine Entscheidungen, als Sachen, die jetzt zum Beispiel schon ein paar Monate und so weiter alt sind, ja? Und deswegen sage ich, aktuell, selbst wenn es sich bewahrheiten sollte, was jetzt gerade hier vorgeworfen wird, dann muss die AfD und auch Herr Bistron die Konsequenzen daraus ziehen. Aber das würde jetzt in meiner Wahlentscheidung noch lange nicht so schwerwiegend sein, als dass es beispielsweise irgendwie an das herankommt, was von der Leyen mittlerweile abgezogen hat mit Pfizer und sowieso, ja? Also da gibt es ganz andere Skandale und ganz, ganz, ganz andere Dinge, die mich noch weitaus mehr interessieren, aufgeklärt zu werden als diesen Fall. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ich bin gespannt, wie ihr das seht.